Klappe die erste. Stell dir vor, du hast gerade Bambusholz bestellt, musst aber noch darauf warten, weil es nicht da ist, hast aber keine Lust zu warten mit dem Bauen. Also denkst du dir, ich baue einen Toilettenpapierhalter. Einfach hier oben einfügen, Platz für zwölf Rollen und dann weißt du, kommt der Zeitpunkt, wo du eine neue Rolle brauchst und dann ziehst du einfach hier dran und sie kommt nach. Ich habe jetzt die Kamera in der Hand, deswegen kann ich es leider nicht fangen. Ich bin aber froh, dass nur einer rauskommt. Das ermöglicht mir dieser Hebel und dafür, dass nachgeholt wird. Dieser Flaschenzug macht es zu einem Möbelstück, von dem man sagen könnte, Möbel, die die Welt nicht braucht, aber sehr schön sind. Und so sage ich, Klappe zu.